hallo bei potterlanda ich bin schon wieder eine ganze weile unterwegs und es geht heute kreuz und quer durch die stadt also urban hiking made in essen auf geht's ja unweit der a40 bin ich auf der gruger heisentrasse unterwegs ganz in der nähe des mühlenbachs also idylle pur leider auch super viel verkehr unglaublich viele radfahrer das warm das staubig kilometer 5 ist geschafft und es geht immer nur geradeaus von einer radtrasse auf die nächste so die gruger heisentrasse die bin ich jetzt durchgelaufen bis zum rs1 wende mich als richtung mühlheim ja und dann einen kleinen haken zu schlagen richtung stadtkern weiterhin bullenheiß hier ist echt hochbetrieb das ist tatsächlich auch hat irgendwie seinen reiz und irgendwie finde ich auch anstrengend etwas abseits der radtrasse sieht schon wieder ganz anders aus urban hiking hat auch sein reiz gesedet wir sind mitten im grünen weitergehen so wir laufen jetzt hier in etwa parallel des r1 richtung essen zentrum und das ist natürlich schon für fußgänger wieder eine ganz andere nummer und nicht doch die einzige steigung und ihr hörtet eine bahnlinie so jetzt geht das auch noch weiter mit bergwertung mein gott ist aber auch alles drin hier heute ja wie kam das dazu urban hiking und warum jetzt so plötzlich wieder ja gut sag ich euch das auto hat einen platten reifenplatt so ist schlecht musste also in die werkstatt und das vorm wochenende das gibt ja meistens nichts also da bleibt ihr übrig vielleicht fahrrad fahren der sonntag machst du nicht gesagt getan dann habe ich gestern abend noch spontan mir einfach eine route geplant mit dem handy mit komod und ich wollte auf jeden fall einen rundweg haben und der sollte auch nicht ganz so weit werden aber einfach vor der haustür losgehen und genau das hat genau auch den reiz ausgemacht raus aus der haustür dreht euch zur seite lauft los und dann macht eine ordentliche schleife kann ich immer noch wieder empfehlen und den weg wäre ich wahrscheinlich so hier nicht gegangen den hätte ich auch nicht gefunden von daher empfiehlt sich wirklich so eine wanderroute tatsächlich einfach mal mit der app oder im computer auf jeden fall mit der komod etc zu planen und dann schaut mal wo es lang geht einfach der nase lang raus aus der haustür und dann wohin euch die füße tragen jo ich habe die talroute entdeckt neue wege zum wasser zwischen emscha und ruhrtal so dass die talroute so jetzt geht es kann als grünes band entlang der stadtgrenzen von essen mühleim und oberhausen mit außerordentlichen naturschutz und erholungsfunktionen beschrieben werden ja und so weiter und so fort werde ich mich mal schlau machen neue wege zum wasser die talroute und jetzt geht es weiter auf dem pilgerweg wie ich gerade festgestellt habe ja das glaubt mir wieder kein mensch wenn man das hier nicht aufnimmt noch mal wir sind mitten in essen laufen heute kreuz und quer durch die stadt auf grünen wegen das sieht mit sicherheit gleich noch ganz anders aus denn wir kommen richtung stadtkern aber das hier herrlich wer die ganzen bahntrassen bahntrassen radeln ist ja voll im trend aber ich sag euch was das sind ja alles historische wege aus der kohlen und stahlzeit aber ja das hat jetzt hier als rad und wanderweg genutzt wird ja was soll ich sagen so ein konstruktiver vorschlag ne das ist alles hier saumäßig staubig alles so schotter hingekippt im dunkeln auch nicht beleuchtet ne und wenn du hier so lange wanderst du siehst da rechts und links einfach nur grün du kannst jetzt nie irgendwie gucken wo du gerade bist das ist ein bisschen verwirrend ne aber stell doch einfach mal eine bude hier am wegesrand hin an einigen knotenpunkten gibt es dann auch aber sonst bist du hier voll lost ja jetzt sei denn ihr hört hier so ein komisches geräusch wie ich gerade denk was ist das was ist das eine melodie von lautsprecher und dann hörst du auch vom schreibergarten nebenan christian der eisbahn und dann wurde das ganze wiederholt ne wie so ein signalfeuer ja das ruhrpaut kennt ihr das auch wenn auch der eiswagen für euch in die straße gekommen ist ja dann waren die blagen sofort da ne kugel 50 pfennig willkommen ja woher immer kann man nicht mehr erkennt ja willkommen im schönen altendorf und da verlassen wir schon wieder altendorf sind kurz vorm stadtkern kurz vorm zentrum und befinden uns immer noch auf dieser wunderbaren radtrasse gleich nebenan das nächste idyll der krupppark ganz wunderbar kann man ordentlich chillen gleich nebenan das nächste idyllisch Und da sind wir auch schon in der Essener Innenstadt. Gut, das ist jetzt auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock. Ja, das Stadtbild hat sich leider sehr gewandelt, muss ich sagen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Jedenfalls kann man noch unbedingt, sollte man definitiv nochmal in den Essener Dom gehen und sich den Domschatz, Domschatzkammer angucken. Und hier kann man auch noch mal still verweilen. Ich glaube, das tut jetzt auch gut. Ja, ich habe auch noch ein paar seltsame Gestalten gesehen in der Innenstadt mit so VR, Virtual Reality Brillen. Die liefen da so ein bisschen zombiemäßig durch die Gegend. Hier ist das Rätselslösung. Essen 1887. Eine Mixed Reality Zeitweise. So, hier gebt ihr die Tickets im Tourist Center Visit Essen. Ja, und dann könnt ihr euch, glaube ich, auf eine Stadtführung der besonderen Art machen. Und das würde ich wohl auch nochmal machen wollen. Und ja, es ist wahr, wir haben gerade eben die Lebensader im Revier überschritten. Und ja, es stimmt tatsächlich. Es gibt einen Nordfluggefälle. Es ist ein Sozialäquator, die A40. Meine Güte, da meine ich, gibt es auf jeden Fall noch ganz erheblichen Bedarf, das Stadtbild ein kleines bisschen aufzubessern und aufzuwerten. Das hat sich, also das habe ich so tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. Ja, und an der Stelle brauchen wir das auch echt nicht schönreden. Das ist tottenhässlich. Wir sind durch wunderbare Natur geschritten. Haben uns dann den Stadtkernen genährt. Und alles, was ich gesehen habe, das ist, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, tatsächlich. So, und hinter mir könnt ihr schon den Saalbau sehen und das wunderbare Altotheater und die Philharmonie-Essen. Ja, Kunst und Kultur, immer wieder ein Genuss hier. Und wir sind jetzt auch schon straight auf dem Weg in meine Homezone, gerade auf der Hüssenallee und gehen dann nahtlos in die Rüttenscheider Straße. Ja, natürlich dürft ihr euch den Stadtgarten hinter der Philharmonie nicht entgehen lassen. Und ja, wir sind gerade eben auf der Rüttenscheider Straße und ab hier ist das kulturelle Leben dicht an dicht gedrängt. Wir sind gut einen Kilometer von der Innenstadt weg. Das ist ein Rüttenscheider Stern, das sind 600 Meter. Ja, was haben wir hier? Stadtgarten, Altotheater, Theater Courage, Filmstudio, Glück auf, Museum Volkwang, Toll of Africa Museum. Hier gibt es wunderbare Wegweiser, die euch zu den kulturellen und künstlerischen Highlights hier in diesem Szeneviertel führen. Jo, und genau die Straße des Amüsemengs laufen wir jetzt hoch und genießen jetzt noch die letzten paar Meter, bis ich wieder zu Hause bin. Und mittlerweile haben wir schon straffe 15 Kilometer auf dem Dach hoch und hier ist es auch nicht mehr ganz so heiß. Ich freue mich auf die Dusche und ganz viel Wasser. Lasst euch auch die Siechenkapelle mitten auf der Rüttenscheider Straße nicht entgehen als ältestes Gebäude von Rüttenscheid. Eine kleine Kapelle und ihr werdet euch wundern, wie es auch. Geht da mal rein. Richtig gut. Und zack, da sind wir schon auf der Rüttenscheider Brücke. Hinter mir hier. Riesengroßer Papp. Jede Menge kleine Lokaler, Kneipen, Szenenläden. Herrlich. Ja, wieder zu Hause. Sehr schön. An der Flora biegen wir auch schon wieder ab und sind auf den letzten paar Metern, laufen noch hier wunderschön durch die Altenhof-Siedlung. Sehr schön. Solltet ihr mal einen Gesundheitsdienstleister in Anspruch nehmen müssen, dann habe ich noch einen letzten Tipp für euch. So, kurz vor der Haustür angekommen. Sind doch immerhin 18 Kilometer geworden, mein lieber Mann. Also, das hat Spaß gemacht. Urban Hiking, made in Essen. Wandern über Radtrassen. Warm, staubig, anstrengend, monoton, aber irgendwie geil. Und nirgendwo sonst, glaube ich, könnt ihr so einen Wahnsinnskontrast erleben, wie auf diesen Bahntrassen und diesen alten Transportwegen, die jetzt wunderbar genutzt werden. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn das heißt, POTANANDA unterwegs auf Tralafiti. Bis dahin, bleibt gesund. Vergesst, wie immer das rausgehen nicht. Euer Schulmi von POTANANDA. Ciao. POTANANDA 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 Vielen Dank.